Musik Das ist sein Reich, das ist sein Stolz, der Golfplatz in St. Martin im Passaia. 18-Loch perfekt präpariert. Ein Vorzeigeplatz, das selbst mit der internationalen Konkurrenz mithalten kann. Der Weg dorthin war aber steinig, mühsam. Ein Kampf gegen Windmühlen, ein Kampf gegen die Politik, gegen Bauern, gegen Grüne. Doch es war nicht sein einziger Kampf. Ob Schwimmbad, Tennisplätze oder eben ein Golfresort. Hat Karl Bichler erstmal eine Idee im Kopf, will er sie auch umsetzen. Stets bedacht, aber am liebsten jetzt und sofort. Bei mir war es alles schnell gehen, schnell essen, schnell Karten spielen, schnell essen, schnell zählen. Aber das ist halt so, das bin ich gewohnt. Von der Jugend waren wir viele Kinder. Wenn du schnell gemacht hast, hast du noch einmal etwas gekriegt. Ich bin Militär, wenn du schnell gemacht hast, kannst du noch einmal eine Junta holen. So ist es halt im Leben, das hast du drinnen. Schnell war auch sein unternehmerischer Aufstieg. Aus dem Nichts hat er sich zu einem der erfolgreichsten Unternehmern des Landes im Bohr gearbeitet. Zu einem der größten Holzhändler im Land. Zu einem Tourismuspionier. Zum Präsidenten der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Zu einem Visionär, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Und der seine Wurzeln ins Basayertal, wo er im Jahre 1933 als siebtes von 16 Kindern geboren ist, nie verloren hat. Und ich bin überzeugt und ich sage es auch im Basayertal, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre keiner in Stand gewesen, das zu machen. Ich habe so viel Vertrauen bei den Bauern und bei den Leuten, dass ich muss für alles gerade stehen. Ich kann tun, wie ich will. Ich komme da nicht mehr raus. Aber ich habe auch die Anerkennung, überall die Anerkennung, das kommt schon irgendwie zurück. Da brauchen wir nicht reden. Die Gemeinde St. Leonhard, da habe ich mich zum Ehrenbürger gemacht, die Gemeinde St. Mauchten habe ich zum Ehrenbürger gemacht. Da habe ich das Verdienstkreuz des Landes Tirol gekriegt, das sind alles Sachen. Das ist wohl nicht Geld, aber das ist schon etwas. Wenn ich heute drinnen sage, du bist auch Bürgermeister, das musst du unbedingt machen, dann tut das. Wenn du denkst, die zufacht, wie sie war, wenn ich zum Bürgermeister sage, du bist auch Bürgermeister, die Strasse, müsstest du das verbreitern. Ja, da hat er gesagt, aber zuerst muss ich mit dem Bauern anhandeln. Viel investiert, aber auch viel verloren hat er im Laufe seines Lebens. Verdient hat er sein Geld mit dem Holzhandel. Die ersten Erfahrungen dafür sammelte er beim Holzhändler Luis Gummerer in Bozen, seinem ersten Arbeitgeber. Ich bin das erste Mal gefahren mit dem alten Vertreter, hat er mich ein bisschen eingeführt. Und dann ist der Vertreter praktisch nach jedem Kunden, den er besucht hat, gesagt, jetzt gehen wir ein Glas trinken. Jetzt, ich natürlich als junger Mensch, ich war damals 23 Jahre, nicht einmal nicht. Aber oben ist mir das natürlich ein bisschen, hat es mich wahnsinnig gestört. Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich ihn besucht habe, der hat mir einen Auftrag gegeben, wieder ein Glas trinken und essen und zählen. Und über Mittag haben wir noch irgendwo geschlafen, weil er wahrscheinlich war, hat er im Wein gespürt und dann hat er müssen schlafen. Und ich bin halt da gesessen und habe gewartet, bis er wieder aufwacht. Und dann habe ich praktisch einen Monat drauf, in September bin ich dann das erste Mal allein gefahren. Und dann eigentlich, muss ich schon sagen, ich habe dann in Umsatz von den früheren Vertretern das erste Mal nicht schon verdoppelt. Trotzdem, bleiben wollte er dort nicht. Reporting schreiben, das war nicht sein Ding. Er wollte den Kontakt zum Kunden. Kurzerhand kündigte er und versuchte sich als Importeur von Rasierapparaten. Elektro-Rasierapparaten, das könnt ihr aufladen und die Taschenlampen zum Aufladen mit Strom nicht aufladen. Und das war natürlich damals, das war ja 57, war das 6, 57, eine Sensation nicht. Und dann bin ich überall rumgegangen. In den ganzen Tischlern habe ich halt dann so eine Rasierapparate verkauft, weil ich habe alle gekannt und bin ja miteinander gefahren. Nach Meilen da in der Galerie und da unten habe ich in der Höhle das Leben, weil das ist ja nicht, dass wir einfach in Meilen unten jemanden was verkaufen. Dann habe ich halt dann so lange überredet und überredet, bis er mal ein paar Apparate abgekauft hat. Verkaufen, das konnte Schalli, wie man Karl Bichler bereits in Jugendjahren hieß, schon immer. Nicht nur Rasierapparate für Männer, sondern alsbald auch Dessous für Frauen. Dann hat mich natürlich eine gute Bekannte, die Frau Glatt, die Zenzi Glatt. Ja, du wärst halt der Richtige für diese Firma, Dessous und Mieder und das Ganze zeigen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht hergehen und Mieder verkaufen und Dessous verkaufen. Ja, und da ist halt eine Firma in Deutschland draußen und die im Funkstaat, die Köhler und die kämen bei mir als Gäste und die suchen jemanden für Italien. Dann hat sie mir halt so lange viel geredet, bis sie halt gesagt hat, ja okay, dann probiere ich das. Jetzt habe ich natürlich angefangen, Dessous und Mieder und den ganzen Scheiß zu verkaufen. Auch in diesem Geschäft bewies er sich als findiger Unternehmer, wenn auch mit wenig Glück. Nein, das geht auch nicht. Nein, das geht wirklich auch nicht. Und ich habe noch nicht gewusst, wie soll ich das in meinen zukünftigen Schwiegereltern erklären. Der Siebenvölker, der ist ja mein Schwiegervater und die Schwiegerelter gewesen. Und meine Frau, die hat natürlich auch ein Problem gehabt und hat sie mir dann gesagt, ja und wenn wir jetzt doch mal sagen, du tust mir in den Handeln und so. Und dann hat sie gesagt, wir sagen mal gar nichts. Und dann bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich mir gesagt habe, ja in Meran gibt es keinen Holzhandler in dieser Art. Mit dieser Überlegung sollte der Grundstein für ein florierendes Unternehmen gelegt werden. Doch der Weg dorthin war steinig. Ohne Startkapital ging nichts. Mein Vater war ja auch Holzhändler im Pseier drin, nicht? Holzhändler und Bauer und Wirt und wir haben auch Sägewerke gehabt, nicht? Und wollten natürlich mit meinem Vater reden, ob er mir Bürgern macht. Und mein Vater war ein sehr strenger, nicht? Wir waren natürlich sehr viele Kinder und dann hat er natürlich auch zu mir gesagt, ja und du bist ja nahrend und was willst du, was willst du? Und der großen Firmen Konkurrenz machen und halt mit mir da geschumpfen. Ich war halt praktisch das Letzte. Am Ende ließ sich Vater Wendelin doch noch breitschlagen und schoss seinem Sohn zwei Millionen Lehre vor. Und so wurde am 10. Mai 1958 die Firma Karel Piechler Edelhölzer gegründet. Ich habe dann angefangen, bin in der Früh gestartet, habe praktisch einen Mann im Lager gehabt. Ich habe die ganze Schreiberei gemacht, ich habe meine eigene gekauft, ich habe verkauft. Ich bin Tag und Nacht auf dem Weg gewesen. Und bin zu meinen Kunden hingefahren, die ich früher gehabt habe, als Vertreter vom Gummo. Und die waren alle zwischen erstaunt und erfreut, dass ich da komme. Ja, ich bin jetzt bei einem großen Weibrock draußen, bin ich zugekehrt. Dann sage ich, Herr Karel, was tust du denn? Dann habe ich das Visiten gehört, ich bin jetzt selbstständig. Dann hat er gesagt, bravo, setz dich nieder. Jetzt hat er mir einen Auftrag gemacht, der Schenk Toni damals, einen Auftrag gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, wie soll ich das liefern? Das Zeug habe ich ja gar nicht. Und weder musste er beim Vater anklopfen, ob er ihm nicht noch einmal etwas vorfinanzieren könnte. Kein Gendert, hat er gesagt. Du kriegst kein Gendert und siehst du zu. Und dann habe ich, natürlich hat die Bank mir damals, weil ich der Sohn vom Wendelin war, weil mein Vater war eine Persönlichkeit, das muss ich sagen, der Wendelin war schon eine Persönlichkeit. Er hat die ganzen Obstkisten in die ganzen Genossenschaften geüffert. Er hat Bretter verkauft, er hat ein Gasthaus gehabt, er hat ein Barenheft gehabt, er war schon eine Persönlichkeit, der Wendelin nicht. Man redet ja heute nur für meinen Vater und Mama. Am Ende kam das Geld von der Bank. 250.000 Lehre. Von da an war Karl Bichler nicht mehr zu bremsen. Ich bin dann Tag und Nacht unterwegs und verkauft und eingekauft und selber geliefert und alles angemacht. Und auf Nacht bin ich da gesessen und die Rechnungen geschrieben und kassieren gegangen. Ich war ein Mannbetrieb und dann ist meine Frau, die zukünftige Frau, oder praktisch meine Frau, hat mir ein bisschen geholfen. Und wie ich dann 1959 geheiratet habe, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, das bringt nichts. Du musst bei mir bleiben, nicht in siebenfüllringen im Geschäft. Das interessiert mich nicht. Nach drei Jahren war er frei, schuldete keinem auch nur einen Cent. Die Expansion konnte beginnen. Da ein neues Grundstück, hier eine neue Halle, dort ein neues Magazin. Und immer waren es die Bauern, mit denen er sähe Verhandlungen führte. Du musst im Leben einen Glick haben. Du kannst rennen und tun und machen, wenn du keinen Glick hast, passiert gar nichts. Jetzt dauert es nicht lange, da kommt ein Kunde von alles. Dann sage ich, du bist schon gesagt, du hast kein Geld, dann sage ich, jetzt magst du schon einmal zahlen. Dann sage ich, weißt du, Karl, hat er gesagt, ich gebe auch, weil die Wies nicht her. Wie ich die Wies? Ja, was hast du denn die Wies? Ja, in der Turm. Ich will gerade, was ist denn die? Ja, jetzt bist du lieber zwei Hektar. Ja, was kostet die? Ja, halt, 1.950 Liter, der Quadratmeter. Dann hat er gesagt, wenn ich das Jahr kaufe, dann war ich ganz froh. Dann bin ich jetzt im Freilichgang und gesagt, pass auf, ich gebe dir die Wies oben, das war über zwei Hektar, du gibst mir die 12.000. An diesem Aufstieg maßgeblich beteiligt war auch seine Frau, genannt auch die Finanzministerin im Hause Bichler. Ihren emsigen Gatten versuchte sie manches Mal auch einzubremsen. Bist du ganz nahe geworden, so viele, so große Hallen, was willst du denn da rein in die Hände oder so wie du? Dann macht er keine Sorge. Das hat nicht lange getaucht. Dann war im Grunde genommen alles wieder zu klein. Dann hat es sich ergeben, dass ich, ich wollte mir unbedingt im Bozen zuerst etwas machen, aber das war nicht möglich. Und dann habe ich in Brixen geschaut, ob ich in Brixen etwas machen kann, weil ich mir gedenkt habe, wenn ich nicht in Brixen etwas tue, morgen komme ich beieinander und mache in Brixen etwas auf, dann habe ich die ganze östliche Landeshälfte als Kunden verloren. Meine Mama war eher vom Typ her vorsichtig und hat da gemüßt allem schauen, ihm Papa nachzukommen, aber er hat seine Ideen gehabt und er hat sich da festgebissen und die ist dann auch durchgezogen worden. Ohne wenn und aber und entschieden hat er. Und ähnliches Verhandlungsgeschick wie mit den Bauern bewies er mit der Frau Thaler, der Grundstücksbesitzerin in Brixen. Da hat sie mir halt einen Preis geschossen, nicht? So einen Preis haben sie in Brixen noch nie gezahlt. Und ich bin halt da gestanden da und da hat einen Platz drin und habe gesagt, bitteschön, lasst es mir, zehn Minuten müsst ihr mir lassen, dass ich da das überlegen kann, damit ich da siehe. Weil ich war immer schneller, nicht? Entweder ich kaufe oder ich kaufe nicht. Da bin ich halt da gestanden und habe mir gedacht, da hat sie mir einen Preis gesagt, damals muss ich sagen, das war viel Geld. Das war damals für eine Gewerbezone. Was hat es verlangt? 260.000 Lira nicht, weil er hat ja keiner gezahlt in Brixen raus. Dann habe ich zu ihr und habe gesagt, okay, wie viel kriege ich? Ich brauche da mindestens so viel, ja, 6.000. Dann habe ich gesagt, gut, 6.000 kaufe ich, aber ich will da die Zufahrt morgen haben. Da muss die Zufahrt einigen und die Zufahrt gebe ich nicht so viel. Ich habe gesagt, Zufahrt, für die drei mehr muss ich haben, ja gut. Und ging bei Verhandlungen gar nichts mehr. Dann wusste der Schali seinen unverkennbaren und niemals aufdringlichen Charme einzusetzen. Ein bisschen habe ich einen Ahnung gehabt. Und dann sie gesagt, nein, Frau Thaler, dass ich sie damals siege und sie sind ja gute Sportler gewesen. Sie machen ja das und ich habe ein Kompliment gemacht. Das hat niemand aufgehört und dann hat sie mich so angeschaut. Und sie sagt, na schon, können Sie sich auch an mir hin. Ich sage, los. Und ich sage, so falsche Frau und was schon, wenn man nicht mehr hat. Jetzt hat sie alles unterschrieben, was sie gewollt hat. Alles. Bei der Niederlassung in Brixen sollte es aber nicht bleiben. Als sein erster Arbeitgeber, der Luis Kummerer 1992, sein Unternehmen zum Verkauf anbot, schlug Karl Pichler zu. Ein Kauf, der auch viele Neider auf dem Plan rief. Jetzt ist da natürlich ein Wortsding rausgekommen. Jetzt hat der Bichler den Kummerer auch noch übernommen. Und dann hat die Konkurrenz in den Kummerer gesagt, mir kannst du den Bichler jetzt geben. Das hat mich auch genommen. Und der Fall war erledigt. Jetzt habe ich natürlich gehabt, Bautzen, Brixen und den Grund. Und es blieb nicht dabei. Es folgte die Übernahme einer Holzhandelfirma in Kemerten bei Innsbruck. Damit wurde Bichler zum regionalen Platzherrsch. Heute sind in seinem Unternehmen rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. Wobei er selbst denkt, dass er damals ruhig noch mutiger hätte sein können. Wir sind einfach vorkommen. Tue, es passt nicht. Ich war in einer sehr guten Phase. Ich habe gute Mitarbeiter, gute Vertreter. Und das Geschäft ist sehr gut gelaufen. Ich hatte die beste Zeit in unserem Geschäft zwischen 70 und 80. Jetzt haben mich so viele Nachfragen gewiesen. Ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel habe ich wahrscheinlich fast zu wenig gemacht. Weil da habe ich am ersten Tag genug gehabt. Und man hätte noch viel mehr machen können. Doch nicht überall hatte Bichler ein so goldenes Händchen wie im Holzhandel. Unternehmerisch musste er auch Tiefschläge erleiden. So etwa im Schnalztal in den 80er Jahren. Damals hat er, nach dem Selbstmord von Leo Gurschler, kurzerhand mehrheitlich die Kurz-RAS AG übernommen. Ich habe da drinnen im Grunde genommen nur mitgetan, weil ich mir gedacht habe, ja, kann ich das ganze Holz liefern, kann das liefern. Und bis, nicht, weil in Anfang war ich allein mit, zuerst mit 20, nach mit 10 Prozent beteiligt. Ich war ja nicht so groß drin. War ja der Lehrer, der große Macher. Dann hat es die ganzen Kapitalerhöhung gemacht, Kurner Kapitalerhöhung gemacht, Noveli Kapitalerhöhung gemacht und so ist das halt gegangen. Über Nacht wurde er mit über tausend Betten zum größten Hotelier des Landes und spricht heute von seinem größten Fehler. Er war ein Brutalzell, muss ich sagen. War das Schlimmste für meine ganzen Karriere, war Schnalz. Aber ich muss sagen, ich habe es überlebt. Ich habe sehr viel Geld verloren, sehr viel Geld verloren. Ich habe jeden gezahlt, ich bin in keinem Lieferanten was Schuldig gewesen. Ich war zum Schluss allein, muss ich auch sagen. Ich habe das Hotel geführt und war da drinnen, sagen wir, tausend Betten, nicht, und habe nachdenken müssen, nein, nicht alles zahlen. Ich habe einfach auf dem Hammer schon gedacht, ja, geht das, soll es, geht das, soll es. Aber ich wollte einfach durchhalten, bis ich da irgendeine Lesung habe. Meine Mama hat das ja überhaupt nicht gut gefunden und nachher hat es eben daheim eben die Diskussionen gegeben. Macht das nicht, aber in dem Moment, wo er nachher in den ganzen Schlamasseln drinnen war, hat er auch nicht mehr viel erzählt daheim, weil er nicht wollte, dass wir ihn sorgen, aber im Nachhinein haben wir erst verstanden, wie knapp die ganze Sache eigentlich abgelaufen ist. Die Lösung war der Verkauf. Um eine Lehre hat er alles verkauft. Umgerechnet aber 2,5 Millionen Euro, so sagt er selbst, soll er beim Abenteuer Schnalz in den Sand gesetzt haben. Aber es ist gleich, es ist vorbei und ich kann heute darüber lachen. Mir geht es gut, ich bin gesund, der Kanal ist gestorben, der Lea hat sich erschossen und ich habe keine Probleme nicht. Ich würde sagen, er ist ein Unternehmer mit der Handschlagqualität und er ist aus solchen Misserfolgen allem wieder strahlend rausgekommen. Weil er ist ein Mann, der einfach die Sachen bis zum Ende durchsteht und sich für sich eigentlich nachher ins Positive umkehrt. Auf einer Weltreise in die USA, nach Japan und nach Australien versuchte er Abstand zu gewinnen. Von Schnalz, von den persönlichen Enttäuschungen, vom finanziellen Fiasko. In Südtirol zurück war er wieder bereit für neue Ideen und Visionen. Denn ein Visionär war er schon immer. So wie 1968, als er das erste öffentliche Schwimmbad im Passajatal bauen liess. Ist der Pfarrer, und ich habe heute noch einen Film, der Pfarrer hat da natürlich den Teufel ausgetrieben, weil, weißt du, da sind sie da mit dem Bikini gekommen und war ich praktisch der von der Sünde. Bichler ließ den Pfarrer schimpfen und wurde erster Basajrer Schwimmmeister. Und nur fünf Jahre später war auch wieder er es, der die ersten Tennisplätze errichtete. Drei an der Zahl. Doch auch dort hagelte es Widerstände. Jetzt habe ich alles fertig gehabt. Dann wollte mir der Sekretär enteignen, weil ich keine Baugenehmigung habe und überhaupt nichts gehabt. Jetzt war der Bürgermeister ein Schulfreund von mir. Er hat gesagt, nein, das können wir nicht gehen. Jetzt hat er das alles gemacht, wir können nicht enteignen. Müssen wir zumindest das, was er gezahlt hat, müssen wir geben. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie ich das vor. In den 70er Jahren, da ist ja viel so gezahlt. Und dann haben sie mir halt leider das gezahlt, wo ich die Rechnung gebracht habe. Dann habe ich gesagt, okay, dann übernimmt sie es halt selber. Und dann habe ich dann ihnen praktisch auch zu einem symbolischen Preis Schwimmbot auch noch gegeben. Ich will da drin nichts mehr zu tun haben. Nur habe ich gesagt, ich will. Der Vertrag ist da drin. Ich kann schwimmen, wenn ich will. Ich kann Tennis spielen, wenn ich will. Ich zahle nichts. Ich bin meine ganze Familie mit. Wir können das alles benutzen. Ich bin jetzt noch ein bisschen mehr drin. So verkaufte er Schwimmbad und Tennisplätze an die Gemeinde St. Martin und widmete sich fortan einem anderen visionären Projekt. Dem Bau einer Neunloch-Golfanlage. Und das, obwohl er selbst mit Golf gar nichts am Hut hatte. Dann wäre ich oben eingeladen, weil ich habe ein Haus in Hafling, habe ich gebaut. Und dann gehe ich, lade mich der Gotardi ein, der Alberto. Ja, da hat er gesagt, du musst um den Kämmer. Ich dachte, nein, da hat er auch das Haus oben nicht. Jetzt komme ich da hin. Dann sitzt ein Mitarbeiter, ein Freund, der bei mir, mit mir beim Deluga war, ein Geometer. Der sieht, na, was tust du denn da und tschau, tschau, tschau und halt da geredet und geredet. Und dann über die Sachen alle geredet und was tust du und ja, dort halt das und das, der ist immer noch Geometern. Und er geht halt Golf spielen. Ich sage, wie, du darfst Golf spielen? Ja, da hat er gesagt, ich muss immer noch Verona fahren, weil in Sittirol habe ich geschaut, überhaupt keine Chance für einen Golfplatz, da gibt es nichts. Dann haben wir da grüne Nudeln gekriegt und gesagt, ja, da ist eh schon das Grün, nicht mit den grünen Nudeln. Dann sage ich auch, wie muss denn so einen Golfplatz überall passen, wie muss denn das Gelände ausschauen. Weil dann sage ich, ich weiß da schon, ich weiß jetzt schon eins, wo man vielleicht etwas machen könnte, nicht. Dann sage ich, ja, hat er gesagt, es muss halt, ja, es muss nicht unbedingt alles gerade sein und man kann schon ein bisschen. Dann hat er gesagt, wir machen es anders, dann schaut ihr das Gelände einmal an. Ja, hat er gesagt, machen wir es anders. Dann fahr' wir morgen um 10 Uhr treffen wir uns, dann fahr' wir rein in nach Psaia. Nur galt es wieder, die Bauern zu überzeugen, dieses Mal den Mann seiner Cousine. Ich gehe rein, da liegt der Bauer drin, der Hans, da will rausstehen und sagt zu mir, ja Karl, was tust du denn da? Dann habe ich gesagt, du bist auf, Franz, ich sage, bleib du liegen, weil jemand vielleicht etwas, was du mit liegen, mehr verdienst, als wenn du nicht aufstehst. Dann sage ich, aber es ist so. Jetzt habe ich ihm halt das und gesagt, du kommst mir auf den Balkon raus, dann sagst du mir mal, wieviel hast du euch da? Ja, 10 Uhr. Ich sage, du pass auf, ich möchte einen Golfplatz bauen, eine Idee wäre, einen Golfplatz bauen oder musst du einen Grund verpackten, nicht? Vom Bürgermeister erhielt er zwar die notwendige Unterstützung, allerdings war diese an eine Bedingung geknüpft, dass die Bauern sich einverstanden erklärten. Nur die stellten auf Stur. So kam es, dass er den damaligen Landeshauptmann Louis Thornwalder um Überzeugungsarbeit bat. Dann rufen Louis an und sagt, du hockst mir, mein lieber Freund, ich muss mit dir reden, ganz dringend. Ja, der hat gesagt, kommst du um vier Uhr nachmittag. Jetzt bin ich alle weg. Jetzt habe ich ihm das erklärt und gesagt, pass auf, ich habe Interesse da drinnen, einen Golfplatz zu bauen, aber da musst du um reinfahren und musst mit den Bauern das erklären, du musst mit ihnen reden. Im Quellenhof schließlich erklärte Dornwalder den Passheirern die Idee Golfplatz. Entweder Bauer oder Golfbauer, nicht? Das müsst ihr das entscheiden. In den folgenden Monaten sollte sich im Tal ein wahrer Golfkrieg entfachen. Ein Krieg der Gegner und Befürworter. Man ist da natürlich ein Mordswirbel geworden in dem ganzen Dorf, in dem ganzen Tal. Die Gegner und die Befürworter und das ist ja aufgegangen. Der ganze Golfkrieg ist da entstanden. Und alles haben sie wieder heißen und das war brutal. Ich habe es auch in einem Buch beschrieben. Und ich bin ein Schwein und ich bin was, was ich alles bin. Und die Grundstücke werden teurer und die Hubschrauber kämen und die Kühe fressen die Bälle und halt lauter Blödsinn. Und der Pfarrer hat von der Kanzlerin gepredigt, dass der Golf ist halt praktisch negativ und lauter so Sachen. Nach einer Bürgerversammlung mit 600 Paseirern sprach sich der Gemeinderat knapp dagegen aus. Für Pichler war die Sache damit gegessen. Er wollte sich zurückziehen. Ich spiele nicht einmal und ich bin nicht einmal ein Golfer. Wenn ich ein guter Golfer wäre oder überhaupt golfe, spielen die Töte. Dann habe ich gesagt, dann verstehe ich es. Aber ich bin ja kein Golfer. Ich weiß ja selber nicht, wie das funktioniert. Ich habe nur im Bunteral einmal probiert. Auf Druck der Wirtschaft ließ sich Karl Pichler doch noch breitschlagen, weiterzumachen. Und schließlich gelang es ihm, auch noch die letzten kritischen Bauern zu überzeugen. So kam es, dass der Gemeinderat sich dafür aussprach und Karl Pichler, sechs Jahre nach der ersten Idee, mit dem Bau beginnen konnte. 1995 habe ich dann gebaut. Jetzt haben wir es über den Tag wieder eingestellt. Wir waren es im Stand, mich im Bau wieder einzustellen. Nach zwei Monaten wurde der Baustopp aufgehoben. Allerdings durfte Pichler nicht 18, sondern nur 9 Loch bauen. Im Juni 1996 war es soweit. Der 9-Loch-Golfplatz wurde eingeweiht. Doch die Proteste rissen nicht ab. Dann rief ich da am Anfang beim Dorf, wenn ich einforsche. Golf, nein, danke. Und am Ort, das kannst du nicht. Und dann bin ich alleine und haben diese Feier gemacht. Und ich habe dann halt versucht, bei meiner Ansprache zu sagen, ja, es wäre halt Zeit, Frieden zu schließen. Und es ist zwar, das hat es genauso lange gedauert, als wie der Zweite Weltkrieg, sechs Jahre. Bei uns wurden zwar keine Taten, aber einen Haufen Beleidigte. Aber man sollte es halt jetzt schon vergessen und versuchen, halt das Beste draus zu machen. Ja, er hat das durchgezogen und Schluss. Und wir haben ihn eigentlich lange draußen gehalten. Meine Mama hat nicht angefangen zu golfen. Ich golf ja auch erst seit drei, vier Jahren. Also es war so sein Kind, was man so zwar ein bisschen schief umgeschaut hat, aber es war halt da. Und das war ja auch jetzt nicht unbedingt gleich eine Erfolgsgeschichte. Das war ja auch wieder ein Kampf, wo er sich festgebissen hat und durchgezogen hat, wie er halt ist mit seiner Zähigkeit und seiner Sturheit. Und dann war das halt so. Aber er schafft es nach allem wieder auch, andere zu begeistern, eben auch ins Familie. Bei dem neuen Loch sollte es am Ende nicht bleiben. Erst kam das Clubhaus dazu und dann überredete ausgerechnet der damalige Bürgermeister Konrad Pfitzscher, Bichler doch noch dazu, 18 Loch zu bauen. Jetzt hat mich die Gemeinde praktisch fast gezwungen, 18 Loch zu bauen. Tätet ihr nicht alle nicht mit und ich soll allein den Gottsplatz bauen. Ich habe natürlich mit mir nicht mehr geredet, meiner Familie hatte ich nicht gekannt, reden nicht, weil es sein Baden sowieso dagegen gewesen ist. Dann habe ich gesagt, was tust du jetzt? Jetzt, Karl, was tust du? Dann habe ich mir halt alles nochmal ein bisschen überlegt. Ich habe schon ein bisschen Geld gehabt, aber es sind ja Beträge gewesen. Dann habe ich mir halt alles ein bisschen eingebildet. So, es ist jetzt gehen und das und das und das. Dann habe ich gesagt, okay. So kam es, dass er alleine ein Projekt einreichte, eine Kapitalerhöhung vornahm und Hotels und Unternehmen als Sponsoren mit ins Boot holte. Bis er im September 2004 die 18-Loch-Golfanlage eröffnen konnte. Ich habe jedes Jahr Verbesserungen vorgenommen, weil ich ja gesehen habe, das geht ja nicht. In der Zwischenzeit habe ich ja auch etwas verstanden. Ich bin ja immer gefahren, als ich habe. Ich habe überall und überall geschaut und das und das und das und das. Ich habe gesehen, das geht ja nicht. Und die Karwege und die Karre und da auffüllen und das wegtieren und die Bunker zutieren. Die ganzen Sachen, das sind alle mit sehr vielen Investitionen verbunden gewesen. Das muss ich schon sagen. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dass heute, so wie er heute ist, ist der Platz gut. Da kann ich mich sehen lassen, er ist jetzt so, wie er sein sollte. 23 Jahre, so sagt er, hatte in das Golfprojekt Geld investiert. Heute wissen auch die Basairer, dass sich sein Einsatz gelohnt hat, vor allem touristisch. Heute ist das natürlich ganz anders. In der Zwischenzeit haben die Leute das ganz anders realisiert, wie wichtig das ist, was das für eine wichtige Infrastruktur ist. Und wenn ich heute nachdenke, im Psaier kommt die deutsche Nationalmannschaft. Ich will nicht sagen, Leihwäge in den Golf, aber weil der Golf täuscht, ist das schöne Hotel entstanden. Das ist eine Kettenreaktion. Und was passiert? Ganz Psaier kriegt ein Image, eine Werbung, die sie gar nicht imstande waren, zu zahlen. Aber auch die Basairer Wirtschaft erlebte in der Folge einen Aufschwung. Ich habe da drinnen sicher, direkt und indirekt, ein paar hundert Arbeitsplätze geschaffen. Sicher. Und das musst du heute sehen, in der heutigen Zeit. Die Leute brauchen alle, nehmen wir außerhalb noch mehr an. Ihm selbst aber hat der Golfplatz nicht nur Nerven, sondern auch einige Millionen Euro gekostet. Vielleicht, wenn ich knallhart wäre, wäre ich vielleicht besser. Aber auf der anderen Seite, die Rechnung geht auf, du, und ich will keine Streitereien. Das will ich nicht. Und wenn eine Möglichkeit besteht, dass ich ihnen entgegenkommen kann, dann sage ich, gut. Sein Wirken wurde mittlerweile gewürdigt. Charlie Pichler ist Ehrenbürger der Gemeinden St. Leonhard und St. Martin im Pasaier. Außerdem wurde er 2008 mit dem Tiroler Verdienstkreuz ausgezeichnet. Und 2014 schließlich wurde ihm das Ehrenzeichen des Landes Tirols verliehen. Das ist wohl nicht Geld, aber das ist schon etwas. Wenn ich heute drinnen sage, du bist auch Bürgermeister, das musst du unbedingt machen, dann tut er es. Die Bauern, wenn ich sage, du, das, 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 die seien da für mich, die dienen das für mich. Da gibt es keinen, der sagt, nein, das nicht. Und ich sehe es ja, wenn ich unterwegs bin, jeder grüßt dich, alle grüßt dich, kein grüßt. Ich kenne ja die Halben nicht. Aber sie wissen, wer ich bin. Und das ist ja schön. Privat musste Karl Pichler einen schweren Schicksalsschlag einstecken, als seine Frau an einem Hirntumor erkrankte. Meine Tochter hat zu mir gesagt, du, Papi, wir kommen für die Mami, ich hoffe, das ist so komisch. Und dann hat sie gesagt, ja, ich sehe schon, dass sie mich oft die gleichen Sachen dreimal fragt, nicht, aber ich habe nicht gewusst, was sie ist, nicht. Dann haben wir sie natürlich untersuchen lassen, da sind wir natürlich draufgekommen, dass sie einen gutachtigen Gehirntumor gehabt hat, nicht. Und dann hat sie sich operieren lassen, sie hat sich auch nicht zogen lassen, wenn ich gesagt kann, du, fragen wir da, nein, nein, ich will da und da, nicht. Dann hat sie natürlich das große Pech gehabt nach der Operation, hat sie dann den Schlag getroffen und dann war natürlich, war sie linkseitig gelähmt und dann war sie, acht Jahre war sie im Rollstuhl und war sie ein praktisch hundertprozentiger Pflegefall nicht und ich habe natürlich versucht, alles zu tun, was für ihr gut war. Ich habe eine Pflegerin ins Haus gebracht und eine gute Pflegerin, muss ich sagen, die war 24 Stunden bei ihr und dann habe ich sie auch mit der Pflegerin ein bisschen in Urlaub geschickt und dann ist sie in Haftlinge gewesen und sie war eigentlich, muss ich sagen, sehr freilich, sie hat nicht mitgekriegt, was mit ihr passiert ist. 2009 schließlich ist sie an einer Lungenembolie verstorben. Ich muss sagen, das war die erste Zeit, war es brutal, muss ich schon sagen, aber man ist ja vorbereitet gewesen, durch das, dass sie schon so lange im Rollstuhl war und dann war es eigentlich, es war wohl ein Schock, aber du weißt, sie ist erlässlich. Seit 2005 führen Karl Bichlers Kinder gemeinsam das Unternehmen. Doch der Renate ist für die Verwaltung verantwortlich, Sohn Christian für die Produktionsstätten. Und ich brauche mich eigentlich heute überhaupt nicht mehr zu kümmern, ich bin operativ nicht mehr im Geschäft. Ich bin wohl beratend, manchmal, ich habe mein Büro da und das passt mir, ich komme, wenn ich will, ich gehe, wenn ich will, ich rede eigentlich nicht viel rein. Karl Bichler ist froh, seine Kinder schon so früh ins Unternehmen eingebunden zu haben. Du musst die Jugend frühzeitig Verantwortung übertragen, weil wenn es zusammen schlecht geht, dann kann ich nur etwas tun. Aber wenn ich es ihnen erst gehe, wenn ich nicht mehr bin und sie haben ein Problem, dann kannst du gar nichts mehr tun. Meine Mama war sehr eine starke Persönlichkeit und ich habe wirklich von der Picke auf das Geschäft gelernt. Also da, wie der Papi hat es gesagt, Bleistift spitzen und Treffmarken picken und also wirklich von unten auch und mein Vortrag eigentlich auch. Langweilig wird Karl Bichler nicht. Seit April hat er das verantwortungsvolle Amt als Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse über. Beine hochlegen und nichts tun, das könnte er gar nicht. Ich versuche zwar, mich nicht aufzuregen und nicht zu ärgern, aber wenn du so ein Perfektionist bist, wie ich, ich will, dass alles perfekt ist, alles schön und alles passt, dann geht es nicht anders. Das ist nicht möglich, aber da passt es schon. Er ist einmal ein Mensch, der nie Ruhe geben kann. Er braucht immer Bewegung, er liebt es, wenn er unter Leuten ist, hat eine super Ausstrahlung, steht vor allem zu seinen Worten. Ob das dann geschrieben steht oder der Handschlag ist, das ist ganz egal. Und das ist natürlich das, was für mich persönlich jetzt am meisten zählt. Jung halten ihn, seine fünf Enkelkinder und zwei Urenkel. Aber auch der Sport. Ich bewege mich, ich tue jeden Tag etwas, verstehst du? Ich bin nicht derjenige, der in der Früh aufsteht und ich will, ich will sportlich sein, ich will agil sein, ich will das nicht, verstehst du? Ich will kein alter Mensch sein. Ich sehe, wenn ich golfe, dann denke ich mir oft, schau mal, wie ich allein gehe. Schau, wie der geht, wie ein alter Mensch. Ich versuche, Kerzen gerade zu gehen und ein bisschen Tempo. Ich will gehen und nicht schleichen. Das bin ich, das bin ich. Eines war ganz toll, weil ich, da waren wir mal auf dem Jahr 2000 beim Skifahren und dann hat er da einen Drachen gesehen und da wollte er unbedingt runterfliegen. Hat vom Fliegen nicht gerade viel verstanden und dann ist er halt bei der Bruchlandung gemacht. Trotz seiner persönlichen Erfolge weiß er, dass es die Jugend von heute nicht einfach hat. Umso wichtiger sei es Schneid zu haben. Denn hinter dem Schreibtisch ließen sich keine Geschäfte machen. Ich habe Geld verdient, ich habe auch sehr viel Geld verloren. Und dann habe ich mir immer wieder gesagt, was regst du denn jetzt auf? Ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, ich kann nichts mehr ändern. Das Geld kriege ich nicht mehr zurück. Vergiss das. Versuch positiv zu denken. Geht es dir ja viel besser. Und wichtig ist, du musst in Humor beibehalten, du musst freundlich sein, du musst mit den Füßen auf dem Boden bleiben, du musst mit allen reden, ob das jetzt der Knecht ist oder der Landeshauptmann oder der Bischof, als kein Problem. Ihn selbst hält vor allem eines Jung, seine positive Lebenseinstellung, dank der er auch die kommenden Jahre noch viele Visionen und Projekte realisieren möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017